Hallo und guten Tag zu einer neuen Ausgabe von Schokibaruki Daily. Ich bin Saschi und das ist der Marc. Atme doch mal aus. Ich bin, ich habe ein paar, weiß nicht, ich wollte, naja. Körperspannung. Ja, ich bin so ein bisschen. Bummelig. Ja. Ja, Mist. Ich muss mal gucken. Ja, du musst mal gucken, ob du mal so ein bisschen weniger frisst. Ich bin der Sascha und das ist der Till. Und der Till ist bekannt von seinem eigenen Kanal, Till und sein Vlog. Wir sind heute hier im Studio der Daniel, der nicht Danny genannt werden will. Und der Saschi, der nicht Sascha genannt werden will. Andersrum, egal. Ich bin Linkshänder. Ja. Ich bin Einzelkind. Ich bin Christkind. Und wenn ich jetzt auch schwul wäre, wäre ich der kreativste Mensch der ganzen Welt. Vor allem bist du statistisch gesehen einer der unberechenbarsten Menschen überhaupt? Da war doch auch hier der Kocker-Joe. Kocker ist hier ein Joe. Ja. Ja. Kocker. Ist doch eigentlich im Amerikanischen nicht Kocker so ein bisschen anrüchig? Nee, nur Kock. Nur Kock. Aber der Kocker ist derjenige, der auch den benutzt, den Kock. Das ist der Kocker. Ja, das ist der Kocker. Kockerspaniel. Ja, jetzt ein ganz anderer. Ja, genau. Sehe ich so einen Kockerspaniel in einem ganz anderen Licht. Wo kommt denn der Name vom Kockerspaniel her? Ja. Ach, das war bestimmt von irgendeinem... Von Joe Kocker, der Hund. Nee, das habe ich jetzt nicht gedacht. Aber ist egal, ja. Und zwar ist das der Sean Penn. Sean, wieso sagst du Sean so komisch? Sean Penn. Ich weiß nicht, ich bin den Namen Sean. Irgendwie ganz gut. Sean Connery gibt es ja auch noch. Ja, stimmt. Der war auch cool. Kennst du noch einen mit Sean? Wycliffe Sean. Ich kenne nur... Wycliffe Sean, genau. Ich kenne nur am nächsten Tag Sean wieder nüchtern. Ah, ah, ah. Ja, genau. Füße hoch, der kommt flach. Ja, ja, genau. Ja, genau. Das waren wir ja schon. Ah, das ist eine neue Information. Die hatte ich noch nicht. Dass Tiberius und Augustus stiefverwandte waren. Sagt man das so? Wie sagt man das eigentlich? War ja nicht wirklich verwandt, sondern jemand stiefverwandt. Keine Ahnung. Schwibbschwager. Mütterlicherseits. Schwibbschwager ist ja was anderes. Schwibbschwager, mütterlicherseits. Was ist das für Käse, was du da erzählst? Egal, mach weiter. Wie geht das? Richtig, sehr gut. Ja, also der Tony Polza hat ja auch in Köln gespielt, war aber nie offiziell in Deutschland. Egal. Hat er nicht auch Schuhe, die Air Johnson? Die was? Nike Air Johnson? Das sind die Air Jordan. Ach, Jordan, ach. Das war ein bisschen andere. Das ist ein anderer Kollege, ja. Basketballer sind doch alles die gleichen. Du hast nicht nur von Fußball keine Ahnung. Nein, Sport im Allgemeinen. Also das war der Jimi Hendrix. Ich weiß schon, ich weiß schon. Nicht, was du jetzt wieder denkst. Soll ich dir was bringen? Ja, könntest du mir mal ein Bierchen bringen. Ein Bierchen ist alle. Das ist blöd jetzt gerade. Ich fühle mich gerade so ein bisschen vernachlässigt. So. Also. Wir sehen uns wieder morgen. Tschüss, Sophie. Tschüss, Sophie.